24 Teams sind dabei. Klar, da sind dann auch einige Außenseiter und Marcel, nenn uns doch mal drei. Ich nenne euch mal die drei größten Außenseiter, zumindest was die Quoten angeht. Wir haben Georgien, den Debütanten, der erstmals dabei ist, der aber wirklich eine gute Qualifikation gespielt hat, sich dann über Griechenland in den Playoffs durch das Elfmeterschießen qualifiziert hat, mit Quarazkelia natürlich an der Spitze. Da haben wir eine Quote von 800, also natürlich wird Georgien kein Europameister werden. Genauso wenig wie Albanien und die Slowakei. Albanien haben wir aktuell eine Quote von 700 und bei der Slowakei eine Quote von 500. Aber zu den beiden Nationen kann man sagen, wir haben mit Mergi Maffrey gesprochen, den ehemaligen albanischen Nationalspieler. Wir haben mit Marek Mintal gesprochen. Du sagst es. Das ist der Spezialist für die Slowakei. Genau, und wir haben noch mit ganz, ganz vielen anderen Leuten gesprochen. Das heißt, Abo dalassen. Ja, ihr werdet wirklich täglich informiert. Ihr bekommt hier Tipps von uns und einfach Analysen und vor allen Dingen seid an der Stelle noch erwähnt, wenn ihr das Ganze mal durchrechnen wollt, die ganze Europameisterschaft, von Anfang bis Ende jedes einzelne Gruppenspiel, dann müsst ihr einfach nur eure Ergebnisse eintippen und dann simuliert euch unser Tabellenrechner, den ihr auf der Wettbasis Homepage findet, einfach mal dieses komplette Turnier und dann bin ich mal gespannt, ob Rumänien tatsächlich bis ins Halbfinale kommt. Und die Türkei. Und die Türkei. Türkei gegen Rumänien im Halbfinale. Guido. Weiß jetzt nicht, ob es möglich ist, aber wäre doch mal was Schönes. Damit haben wir dann doch schon mal eingeordnet, welche Nationen besonders zu beachten sind und welche weniger. Aber nochmal, die Gruppenshows werden euch in dem Fall nochmal sehr viel weiterhelfen.